Ach, der Winter kann so schön sein, finden Sie nicht, wenn es draußen so eisig kalt ist und man es sich zu Hause gemütlich macht, auf der Couch und die eine oder andere Kerze anmacht. Oh, das ist immer was ganz Bezauberndes und da fallen einem auch mal gerne die Äuglein zu. Echte Kerzen sind sowas von vorvorgestern, das haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen. Oder dass LED-Kerzen heutzutage ein Muss sind, weil sie einfach super schön aussehen. Komplett sicher sind und vor allem auch einfach viele, viele Jahre verwendet werden können. Jetzt möchten wir Ihnen brandneu aus unserem Katalog zwei hervorragende Kerzen zeigen, beziehungsweise vollwertige Dekorationselemente, die man jetzt für zu Hause nutzen kann, Ralf. Theoretisch aber sogar für jede Firmenfeier, für jede Bingo-Party, für jeden Anlass. Überleg mal, bei wie viel Festlichkeiten wunderschöne Kerzen auf dem Tisch stehen. Da kannst du die überall verwenden, aber jetzt gerade zu Hause, du hast es angesprochen, Winterzeit. Das Schöne an den langen Nächten ist ja, dass du viel mehr mit Beleuchtung machen kannst. Wie jetzt zum Beispiel mit Kerzen. Und es sind künstliche Kerzen, beziehungsweise hier, das ist nicht künstlich, das ist Echtwachs, aber das ist eben kein echt brennender Tocht. Ich nehme mir mal eine. Ja, gerne, gerne. Das wird animiert oder hier so dargestellt durch eine LED. Die LED-Technik ist einfach atemberaubend, weil hier eben gar keine Wärme entwickelt wird. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, so das ist der klassische Stil. Also wunderschöne Stangenkerze auf einem wunderbaren silberfarbenen Kerzenständer. Und so jetzt nur mal zwei auf einer Tafel. Also wenn du jetzt so eine Festtagstafel hast, also wenn du jetzt an Weihnachten Leute zum Essen eingeladen hast, dann stellt man Kerzen drauf. Es sieht wunderschön aus. Und ich finde, das hat auch einen sehr, sehr guten Stil. Und vor allem, ich kenne das von früher auch noch, du hast solche echten Kerzen und irgendwann läuft das Wachs rüber. Und hier ist zwar so ein Auffang, aber der läuft auch irgendwann über. Und dann hast du Wachsflecken auf der Tischdecke. Das ist so bescheiden, die auch wieder rauszukriegen. Bescheiden war jetzt nur ein Synonym. Ja, du weißt, ein Lückenfüller für ein anderes Wort. Aber das entfällt hier alles. Und du hast trotzdem diese Kerzenromantik, diese schöne Beleuchtung. Könntest du sogar wunderschön auf die Fensterbank unter die Vorhänge stellen. Und das mit einer echten Kerze. Dann weiß man, wer als nächstes zu Besuch kommt, nämlich die Feuerwehr. Hier überhaupt keine Gefahr. Und du siehst auch, das ist jetzt nicht am Stück. Schau mal, du kannst hier ganz einfach, das ist wie eine echte Kerze, nur mit einem Unterschied. Hier unten ist ein An- und Ausschalter bei beiden Kerzen. Also die schaltest du einfach dann, wenn du sie brauchst, an. Und ansonsten Handhabung und auch Optik von einer echten Kerze, wenn du ein paar Meter weg bist, überhaupt nicht zu unterscheiden. Und auch so denkst du, wow, das ist ja echtes Wachs. Und dann sieht man nur, dass hier oben eben dieses Flackern der Flamme, das ist imitiert durch LED, aber damit natürlich wesentlich sauberer, wesentlich sicherer. Auch beim Auspusten, das ist sowas, was ich überhaupt nicht mag, der Geruch, wenn du eine Kerze auspustest. Da kommt ja immer noch so eine kleine Rauchschwade und es riecht dann. Also ich behaupte jetzt mal, es stinkt sogar. Ich mag den Geruch nicht. Und das hast du hier auch weg. Und es ist absolut sicher. Und genauso schön wie jede echt brennende Kerze. 6,56 Euro für das Zweierset, ganz wichtig zu erwähnen, Zweierset der Stabkerzen. Ralf hat es gezeigt, die können Sie einzeln rausnehmen, wenn Sie da einen Kerzenleuchter zu Hause auch haben. Und einen Kerzenständer, wo Sie sagen, ich hätte da ganz gerne LED-Stabkerzen für, können Sie die jetzt hier mit dieser fantastischen Technik bestellen. Aber gerade in diesem Set, schon so fertig geliefert, super schön zeitlos mit dem Ständer. Und wie gesagt, noch mal zu erwähnen, gerade auch schön, wenn Firmenfeiern bevorstehen oder auch generell so Festtage, wo viele, viele Menschen... Gerade mit der Deko, schau mal, jetzt einfach nur eine kleine Kugel zwischenrein. Und Sie sehen es ja jetzt im Fernsehen, wie faszinierend schön das dekoriert ist. Firmenfeiern oder auch vom Verein die Weihnachtsfeier. Da ist das perfekt und einfach gemacht. NX 81, 36 und die 569. Da muss man jetzt halt einfach auch nicht viel machen. Ich glaube, jeder, der schon mal ein großes Event, eine große Familienfeier, vielleicht auch eine Weihnachtsfeier für die Firma veranstaltet hat, eine Bingo-Party oder Co. weiß ganz einfach, wie viel Zeit das auch haupt, sich um die Deko zu kümmern. Hier haben Sie das Rundum-Sorglos-Paket. Zwei Stück NX 81, 36 und die 569 für 6,56 Euro. Jetzt, solange das Kontingent verfügbar ist, dürfen Sie so viele Zweiersets bestellen, wie Sie wünschen. Ich würde mich damit einmal hier komplett ausstatten. Haben Sie die zu Hause für den Tisch für überall super zu nutzen. Aber, Ralf, wir haben uns ja auch vorher schon über diese riesengroßen Kerzen mit den drei dort im Windglas unterhalten. Die sind auch schön. Ja, und wenn wir jetzt hinschauen, es sieht wirklich so aus, als würde diese Kerze brennen. Schon allein hast du das gerade gesehen, wie sich die Flammen hier hinten spiegeln. Das ist live bei uns im Studio. Sie erkennen es jetzt an meinem Finger. Aber es ist wirklich keine echte Flamme, sonst hätte ich mir jetzt die Hand verbrannt. Es ist eine Maxi-Kerze, so würde ich sie bezeichnen. Im Prinzip drei separate Kerzen, man kennt das natürlich auch vom freien Handel. Aber hier erstens mal bleiben die immer so schön, weil diese Riesenkerzen, wenn die mal eine Weile gebrannt haben, mit echtem Docht und echtem Feuer, dann brennen sie oftmals unterschiedlich ab. Oder du hast plötzlich ein großes Wärmeloch in der Mitte. Hier, die bleiben immer genau so schön von oben, aber auch von der Seite unglaublich schön anzuschauen. Ein sehr, sehr warmes Licht, das hier abgegeben wird. Und das mal auch abends einfach nur als indirekte Beleuchtung. Wenn man das große Licht ausmacht, dann so eine Kerze anmachen. Und die müsst ihr nicht mal anzünden, sondern an einem Schalter anmachen. Das ist für mich also wirklich schon mal diese Weihnachtsstimmung pur. Aber auch außerhalb von Weihnachten so eine schöne Kerze. Gehen wir mal ein ganz anderes, gehen wir wieder im Sommer. Du sitzt draußen abends auf der Terrasse, es wird langsam dunkel. Und dann stellst du so eine große Kerze auf den Tisch und machst sie an. Das ist doch ein unglaubliches Bild. Also ich finde sie wunderschön. Und hier sehen wir, wie diese Dochte zu züngeln. Und es sind natürlich keine echten. Nochmal, ich gehe mit der Hand rein. Sie sehen es, ich halte den jetzt mal fest. Da sehen Sie, dass das nur animiert ist. Wäre es eine echte Flamme, hätte ich mir jetzt tierisch die Finger verbrannt. Aber es ist eben nur animiert, beziehungsweise LED-Technik. Also sensationell hier. Betrieben übrigens mit drei Doppel-A-Batterien. Aber die werden sehr, sehr lange halten, weil LED-Technologie braucht ganz, ganz wenig Strom. Und somit hat man auch viel, viel Spaß daran. Und wissen Sie, was schön ist? So eine Kerze in diesem Windglas ist einfach das Highlight jeder Dekoration. Das ist der Mittelpunkt jeder Dekoration. Eine schöne große Kerze. Sie sehen, wie strahlend das leuchtet. Was für eine behagliche Wärme das auch einfach abgibt. Auf einem schönen Organza-Stoff oder vielleicht auch auf so einem schönen Tablett aufgestellt. Ein paar Weihnachtskugeln drumherum, so wie wir das jetzt hier auch schon vorhin hingelegt haben. Und dann aufgestellt. Rucki zucki fertig. Was ich habe, ich habe auch so eine Echtwachskerze, liebe Zuschauer, bei mir zu Hause. Ich habe zwei davon im Schlafzimmer und eine auf dem Balkon. Ich kann Ihnen eins sagen. Die sind super, super schön. Aber gerade auch, wenn die aus Echtwachs sind, fliegen da gerne mal bezüglich des Lichtes Tierchen rein, die sich dann im Wachs verfangen. Das sieht dann ganz, ganz unschön aus. Kann Ihnen hier absolut nicht passieren. Ist für Seniorenheime natürlich genauso wie für Krankenhäuser geeignet. Für alle Orte oder auch alle Plätze, wo man normalerweise nicht dekorieren kann mit echten Flammen. Überall, weil das Ganze hier super sicher ist. NX 81,35 und die 569,16 Euro, sechs Spitzenpreis. Auch hier wieder so ein Highlight stellt man einfach auf. Macht ordentlich was her. Auch hier wieder für große Feierlichkeiten, wo man mehrere Tische dekorieren muss. Hervorragend geeignet. Sie dürfen natürlich jetzt, wo das Kontingent noch verfügbar ist, so oft zugreifen, wie Sie wünschen. Und das Schöne ist, dass Sie viele Jahre Freude aufgrund dieser langen LED-Lebensdauer daran haben werden. Super pflegeleicht, super einfach. Hier brennt nichts ab und ist vor allem modisch. Ein richtiges Highlight, liebe Zuschauer, dass man einfach zu Hause haben muss. Das ganz, ganz tolles Licht spendet. Ralf, alles batteriebetrieben, da hast du gesagt, nehme ich die Batterien gleich nochmal mit rein. Jawohl, und zwar beides, auch die kleinen Kerzen hier mit Kerzenständer und die große mit Doppel-A-Batterien. Deshalb gleich ein 20er-Set. Doppel-A-Batterien braucht man immer wieder. Und wir haben auch gleich noch, wenn man Batterien wirklich tagtäglich im Bedarf braucht, auch gleich noch Doppel-A-Batterien. Hier sind beide eingeblendet. Jeweils 20 Stück zum absoluten Schnäppchenpreis. 5,61 Euro für die Doppel-A-Variante, die man zum Beispiel für diese große, dreiduchtige Kerze braucht. Oder auch für Lichterketten. Oder auch die Triple-A-Variante. 20 Stück für 4,66 Euro mit der Bestellnummer PX1565 oder 569. Wir hören gerade, es kann zum Stau im Callcenter kommen. Bitte, Sie dürfen auch online bestellen unter www.prop.tv. Aber Sie machen es richtig, dass Sie sich da gleich das Kontingent sichern. Gerade hier, die Kerzen sind super begehrt bei Ihnen. Ja, die sind aber auch goldig und zuckersüß und schön mit diesem Kerzenständer und dann mit der Stabkerze. Hier dann auch gleich zugreifen für 6,56 Euro. Aber auch an unser Riesen-Highlight hier denken. Die Kerze im Windglas mit den drei Flammen beweglich, liebe Zuschauer. True Flame, die wir hier haben. Fantastische Qualität. Bitte auch die XXL-Packs an Batterien, an Ladung immer gleich mit dazu bestellen. Ganz wichtig, gerade für die Winterzeit jetzt auch für Sie. Und dann heißt es loslegen mit der Dekoration der Weihnachtstafel, der Dekoration Ihrer heimischen vier Wände oder auch dem Vorbereiten für Festlichkeiten. Wie zum Beispiel Weihnachtsfeiern oder natürlich auch einen ganz, ganz tollen Abend, den Sie zum Beispiel gemeinsam mit den Liebsten machen. Vielleicht sagen Sie auch, Mensch, wir haben zum Beispiel so eine kleine Weihnachtsfeier, die wir einfach unter Freunden veranstalten. Auch da sorgt man immer für kleines Geld hier, für ganz sichere Dekoration. Denn gerade zum Weihnachtsfest, wenn das ein oder andere Glas Weinchen getrunken wird, möchte man was haben, was super sicher ist, wo nichts passieren kann. Und da haben Sie hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Superschön, super sicher und dann auch noch super günstig. Also gleich bestellen, neu im Katalog.